... Gut, noch was. Den Text, den machen wir jetzt doch auf die Melodie von Ein Loch ist im Eimer. Aber wir hatten uns doch schon auf Sweet Dark Angel geeinigt. Ich hab die Nummer jetzt voll drauf. Ja, dieses Sweet Dark Dingens, das kennt ja kein Mensch. Wir wollen doch alle mit singen. Ey! Ja, also, weiß Bescheid, ne? Ein Loch ist... Entschuldigung, wir haben heute ne kleine betriebsintern Feier. Und die alte, da ist die Hüpfburg, oder was? Also, wenn Sie mir jetzt ein geregeltes Einkommen nachweisen könnten, dann seht die Sache schon ganz gut. Wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme, dann fange ich direkt an zu arbeiten, bei einem Kumpel von mir. Ah, okay. Als was denn? Kann man sagen, ist so. All-Round-Management. Around-Management? All-Round-Management. All-Round-Management. Was haben Sie denn bislang so gemacht, wenn ich fragen darf? Bau. 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 Bau ist gut. Bau hat goldenen Boden, nicht wahr? Und, ähm, als Maurer, oder? Bau. Drei Jahre. Oh, scheiß Fahrrad, Spaß design. Scheiße. Hey, Mann. Es ist ja schön, dass du dich langsam sehr locker machst, aber hast du dir mal aufgefangen, dass wir hier ne Dame im Auto haben? Oh, ich bin jetzt ne Dame. Wie ist das? Das ist ja. Ja, ich habe die Person, dass wir hier bin. Ich bin jetzt ne Dame. Bist du nicht nur die Dame? Ich bin jetzt auch Asse bin jetzt, oder? Oh, 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 oh. Silence. Yeah. Eigentlich ist in Till Reiners Leben alles in Ordnung. Bis jetzt. Hast du ein Auto? Lass sie in Ruhe. Was hast du kleiner, bist du zu mir gesagt? Ich hab ein Auto. Habt ihr den Hinterausgang? Ja. Wo? Hinten. Die Geisel befindet sich in der Gewalt eines unbekannten Täters. Er ist auf der Flur. Ich weiß, wenn ihr mich einfach gehen lässt. Du hältst jetzt deine Fresse. Alles klar. Doch mit so einer Geisel läuft einfach nichts nach Plan. Jetzt geh rüber. Was denn? Mein Fuß. Mein Fuß steckt gleich in deinem Arsch. Jetzt mach das Ding auf. Was macht denn die Muschile auf der Stange? Du hast gesagt 15. Das war netto, Junge. Der Vertrag ist gar nicht gültig. Was hat denn der Zivilist da zu Kamellen? Also ein Händler sollte im Vergleich zu einem Privatverkäufer eine Mindestgewährleistung von einem Jahr garantieren. Und die steht gar nicht drin. Insofern ist der Vertrag gar nicht gültig. Juristisch gesehen. Mando! Wir haben ja grad eine schwierige Phase. Das kommt vor einer längeren Beziehung. Wann hat er denn das letzte Mal gelacht? I can do it better! Wie ist denn das? Ich bin Till. Scheiße und? Ich hätte hier ne Sache für dich. Aber dafür brauchen wir eine Zivilisten. Diese zwei verledigen jetzt dieses Geschäft und lassen wir wieder mal ein bisschen die Puppen tanzen. Ich kann nicht glauben, dass sie sich nicht meldet. Haben sich nicht gesucht. Aber gebunden. Ich will das volle Fahrrad rüber! Pass auf, ich hab nicht viel Zeit. Du hast nicht ja mitbekommen, dass ich in der Gewalt habe. Ich meld mich bei dir, wenn wir danach essen. Aber das geht nicht! Doch, das geht sehr wohl. Ich brauche jetzt auch erstmal Zeit für mich. Wie, ja? Du bist ja noch eine viel ärmere Sau als ich gedacht habe, Mann. Die macht ja gerade so ein Projekt dann auf. Ich sag dir, was das für Projekt ist, Mann. Ein Fickprojekt. I don't want your fancy thing. I just want you. I just want you. Champagne tastes like this to me. I just want you. Oh, 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 oh. I just want your dirty love. I just want your fucking filthy love. Ihr hattet jetzt die Fresse, beide! Oh, 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 oh. Wir fahren jetzt nach Holland. Holland ist scheiße. Es ist wie Osten, nur Westen, Mann. I just want you dirty love. Alles klar? Vollidiot, ey. Ich fand's ganz witzig.